Wieso, weshalb, warum? Du schreibst, wir nehmen dir keine Frage krumm. Was für ein Anfang, ich bin wahnsinnig. So, wir lesen heute ein paar Mails vor, die ihr uns geschrieben habt. Es geht ja jeden Tag hunderte E-Mails beim Bürgerservice ein. Davon ackern wir heute mal ein paar ab. Es werden sowieso alle beantwortet, also überhaupt keine Frage. Und wenn ihr coole Ideen habt, könnt ihr die jetzt bei Finder posten. Das ist die Zukunft, aber um ein bisschen was jetzt auf einen Schlag direkt wegzurauchen, nehmen wir uns ein paar Sachen vor, die wir geschickt bekommen haben. Hauke liest es vor. Ja, wir haben die Mails hier nämlich bekommen von der lieben Nathalie. Ich glaube, manche sind so mehr stellvertretend für häufig gestellte Fragen. Andere sind einfach so exemplarisch für Dinge, die so gefragt werden. Hier ist zum Beispiel die erste von Heiko, ich glaube, Esling. Moinsen. Mein Kollege Niklas Cebulka hat an eurem Weihnachtsmarkt mit Finn gesprochen und gefragt, ob ihr einen Skoda Felicia haben sollt. Da habe ich schon Ja gesagt. Brauchen wir eh nicht weiterlesen eigentlich schon. Abgehakt. Grundsätzlich mal ganz kurz Antworten, ohne den Rest zu sagen. Wir brauchen fast alles an Fahrzeugen. Wir haben vorhin schon gesprochen. Es soll ja demnächst eine Art Wohnsiedlung hinten auf dem Acker gebaut werden. Und das ist so weit weg, dass man Pendelgeräte braucht. Ja, wir rufen ihn eben an und sagen, wie soll er morgen rumbringen. Anonym? Hier auch. Heiko, hier ist Finn. Und Hauke, hallo. Moinsen. Wer ist das? Finn und Hauke vom Kliemannsland. Ach, moin. Moin. Na du? Du, wir gehen gerade E-Mails durch und haben deine E-Mail gesehen, dass du uns, dass du einen Skoda anzubieten hast. Skoda Felicia. Mein Kollege Niklas. Niklas. Wir haben hier schon auf dem Weihnachtsmarkt gesprochen. Ja, genau. Ich erinnere mich. Voll geil. Also die Antwort ist Ja. Wir können den sehr gut gebrauchen. Kannst morgen rumbringen. Ja, dann würde ich irgendwie sagen, lass mal irgendwie 15 Uhr werden mit, denke ich da. Geil, Mann, wir freuen uns. Voll geil. Erster Anruf hat sich gleich gelohnt. Ja, haben wir schon ein Auto. Wir sollten nur noch so Mails wegnehmen. Also hier, nächste. Ken Jakob schreibt. Hallo Bürgerservice vom Kliemannsland. Ich hätte eine Frage. Wie alt muss man sein, um beim Kliemannsland mitzumachen? Ich würde mich über eine Antwort freuen. Es gibt keine Altersbegrenzung natürlich. Nö. Das Einzige, was wichtig ist, was wir mal gesagt haben, wenn man hier übernachten will, wäre es schon cool, wenn man jemanden dabei hat, der volljährig ist und quasi für einen Vormund ist. Das ist einfach aus rechtlichen Gründen. Das darf man, glaube ich, sonst nicht. Es wird, glaube ich, auch ein bisschen eigenartig, wenn man so 12 ist und sagt, wir pennen bei Finn und Hauke. Wer sind die Typen? Die haben so einen eigenen Hof. Da kann jeder kommen, der will. Da hört mich niemand schreien. Also es gibt auf jeden Fall keine Altersbegrenzung. Ihr könnt jederzeit, alle sind hier immer willkommen, egal wie alt ihr seid. Und wenn ihr Spezialfähigkeiten habt oder euch so fühlt, als wenn ihr uns gerne was zeigen müsstet oder so, oder dann sowieso. Und wenn du zwei bist und ein gut Motorrad fahren kannst, ey, super. Ja, ist doch gut. Okay, wir haben einmal, eigentlich ist hier nur wichtig, und zwar hat Ruven uns vorgeschlagen, dass wir einen riesigen Brettspieltisch bauen. Ich glaube, da ist eigentlich nur wichtig, dass für alle, die das noch nicht gehört haben, dass wir jetzt Finder haben. Genau. Genau. Also es gibt ja auf kliemannsland.de slash Finder gibt es ja diese kleine Applikation. Da können alle Leute, alle Bürger mit angemeldetem Bürgerausweis so, können da eine Idee posten und eben alle können zusammen für Ideen abstimmen. Ja. Und die Ideen, die die meisten, finde ich, Guts bekommen haben, die nehmen wir dann in eine Umsetzungsliste. Und dann gibt es dafür quasi so eine Art Bewerbungsphase. Dann können Leute sagen, ey, darauf habe ich Bock, da möchte ich gerne mitarbeiten. Und dann setzen wir das eben um. So ist der Plan. Und das heißt, alle Ideen, die ihr habt, könnt ihr einfach mit einem Bild, einem kleinen Beschreibungstext in diese Finder-Gruppe reinhauen und dann sehen alle Leute, was passiert und so kann man zusammen für coole Ideen abstimmen. Ich glaube, das ist die faireste, demokratischste Art und Weise, Ideen umzusetzen und das zu machen, worauf ihr halt auch Bock habt. Dann haben wir eine Mail von, nennt sich Keksstern. Moin, mir geht es darum, euch für einen längeren Zeitraum drei Monate von April bis Juni gegen Kost und Logis unterstützen zu wollen. Ich habe schon bei mehreren Projekten mitgeholfen und so weiter. Dann beschreibt er, sie noch ein bisschen, was er, sie so kann. Handwerk, Tontechnik. Ich glaube, das Einzige, was wichtig ist, ist ein längerer Aufenthalt, denn die Frage kommt häufiger. Ja, das ist immer so, man muss eben gucken, weil das heißt ja auch, dass ihr schlafen wollt für den Zeitraum. Und wir haben ja hier ein paar Schlafbereiche, aber die sind echt ausgenutzt. Die Kater und Leute, die hier so fest arbeiten wie Jana oder Nathalie, die wohnen ja auch momentan noch hier. Das heißt, alle Reserven, die wir haben an Schlafzimmern, sind jetzt so ein bisschen ausgenutzt. Aber im nächsten Step wird es halt hinten die Möglichkeit geben, zum Beispiel zu kampieren. Hinten in der, wie heißt das nochmal? In der Wallachai. In der Wallachai, richtig. Genau, da soll ein Platz hin. Das ist eigentlich auch eine schöne Gelegenheit, nochmal zu erwähnen, dass wir eben solche Wohnwagen jetzt suchen. Wir hatten ja ursprünglich den Plan, den Schlafsaal eben zu machen, haben aber gemerkt, das dauert ewig. Das müssen wir immer wieder hin auf eine lange Bank schieben und wir wollen irgendwie jetzt mal zeitnah eine Möglichkeit schaffen, dass man hier übernachten kann. Also Anfragen sehr gerne. Wir müssen dann immer gucken, ob es passt. Ja, auch ob man sich hier wohlfühlt, ist ja auch immer ein Thema. Ob man kommt hierher, erwartet irgendwas und merkt nach zwei Wochen, ey, es ist vielleicht nicht das, was ich dachte. Aber ja, drei Monate ist an sich völlig überhaupt nicht ausgeschlossen. Es hängt einfach davon, ob man erstens sich versteht und zweitens, ob wir die Möglichkeit haben, für drei Monate immer noch nichts zu bringen. Genau, genau. Tobias Kappe fragt einfach nur, wie kann ich helfen? Das ist halt eigentlich eine gute Frage. Ja, das stimmt. Weil im Moment ist ja so, auch das greift wieder so ein bisschen in Finder, dass es so ist, dass wir jetzt immer mehr und mehr wirklich gezielt durch die Mails gehen, Leute anschreiben und sagen, ich weiß nicht, jetzt zum Beispiel wollen wir unten die Räume renovieren, damit wir dieses Café mal voranbringen können. Dann Draußenprojekte und so. Und es kommt jetzt, passiert immer mehr und mehr. Ich meine, jeder, der den Weihnachtsmarkt gesehen hat, hat gesehen, da waren 80 bis 100 Leute hier. Die haben wir alle einfach angeschrieben und gesagt, habt ihr Bock zu kommen? Und das war auch nicht so, wir suchen nur Leute aus der Umgebung. Da war Fabian, der war irgendwie aus Österreich hier komplett und so. Wir gehen einfach die Mails durch, schreiben euch an, habt ihr Bock? Und es sind nur so extrem viele Leute, die was machen wollen, dass es vielleicht manchen so vorkommt, als wenn man keine Chance hat. Aber letztlich ist es auch so, dass wir auf so Einzelfeedback versuchen einzugehen. Es ist nur so viel. Hier ist noch eine sehr spannende und zwar aus aktuellem Anlass. Angelina Dräger, Angelina, man weiß immer nicht. Mein Name ist Angelina, ich bin 21, momentan lebe ich in München und arbeite als Logistikprojektmanagerin. Ich überspringe mal einen Teil und zwar, um zum Punkt zu kommen, würde ich eine kleine Kaffee-Klatsch-Kuschelecke als Idee einbringen. Und dann überspringe ich wieder einen ganzen Teil und am Ende sagt sie nämlich, dass sie voll gerne helfen würde mit Umbauen, Putzen, Planen, Streichen, Kochen, Einkaufen. Und das ist ja gerade ein Thema. Einige Gute-Mail kann ich direkt an Kim geben und sagen, lad mal Angelina ein, Angelina. Also unser Plan ist nämlich jetzt unten, das kann man ja schon mal vorweg sagen, ihr seid ja sowieso eh integriert in alles. Auch wenn ihr uns auf Instagram oder so folgt und bei mir bei Snapchat gibt es den Kram auch so, da gibt es immer so direkt Live-Updates von den Tagen, hier gibt es immer Storys, die man sich dazu angucken kann. Und ein Restaurant bzw. im ersten Step erstmal so ein kleines Café ist eine Sache, die wir definitiv angehen werden. Unten in der jetzigen Bar soll ein Café gebaut werden. Und das werden wir umbauen und da brauchen wir letztlich dann ja auch Leute, die Kuchen machen und die da arbeiten und so. Und das sind auch alles nächste Schritte, weil das sind ja auch alles Leute aus der Kommunikation. Wichtig ist halt, dass das vor allem für jedermann sein soll. Dieses Café ist dann offen. Man kann da hinkommen und wenn man uns besucht, kann man in dieses Café gehen. Schönen Kuchen. Toll, dann soll ich auch mal eine machen? Oh, bitte nicht. Ja, dann ist hier Rattenjotti. Rattenjotti schreibt, moin, ich konnte mit meiner Google-Suche rausfinden, wo euer interessantes Projekt entsteht. Vielleicht sollte man die alte Internetpräsenz lüttenshof.de verschwinden lassen. Das glaube ich, weil da kommen echt noch viele Mails. Ehrlich? Weil wir in den ersten Videos halt sagen, es sei geheim und die Leute haben da noch nicht weitergeguckt und denken, okay, ich habe es schon rausgefunden. Es ist nicht mehr geheim, wo dieser Hof ist. Es ist eine Eichenstraße 14 in Elsdorf-Rüspel. Genau. Kann man mit fünf Sekunden Google-Search finden. Wenn ihr vorbeikommen wollt, denn da sind auch eine ganze Mailing und Mails von, meldet euch eben einmal kurz. Schreibt uns eine Mail, schreibt auf Facebook, völlig egal. Nur lasst uns einmal kurz wissen, dass ihr rumkommen wollt, weil manchmal ist hier auch was los. Ey, heute war zum Beispiel der absolut kräutigste Scheißtag hinten im Matsch und so. Deswegen sehe ich auch so aus. Es wäre nicht so der beste Besuchstag gewesen. Genau. Man wäre sowieso keine Zeit gehabt. Man wäre halt voll enttäuscht gewesen. Hätte dann irgendwie fünf Sekunden, hätte sich jemand um einen gekümmert und danach hätte man nicht so richtig gewusst, wohin mit einem. Weil das Wetter scheiße war. Drinnen konnte man nichts machen. Naja, und weil man eben auch ein bisschen koordinieren muss. Also keine Ahnung, wenn wir hier mittags was essen oder so, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, irgendwie auch mal mitzufuttern und so, dann haben wir zu wenig und all so Sachen. Also je nachdem, man muss immer so ein bisschen planen, dass wir hier nicht untergehen und wenn hier 200 Besucher sind oder so, dann kann man eben auch nicht mehr richtig arbeiten so und das muss man immer vorher ein bisschen planen. Hier ist noch eine Super-Mail, da können wir anrufen, der betreffend ist, Talent ist zwei Physiotherapeuten im Gepäck, kochen, malen, mit sämtlicher Tierkacke, sehr gut umgehen, sehr komplett in Caps Lock. Und sie schreibt, ich als gute Seele unserer Dreiergruppe werde mich mal im Namen meiner zwei Superfans, äh, wende mich im Namen, doch, meiner zwei Superfans an euch. Meine zwei Männer, Max und Jakob, sind peinlich riesige Fans von der Idee des Kliemannslandes, allerdings ziehen sie sich, und ich überspringe mal ein bisschen was, dann kommt noch, dass die beiden Physiotherapeuten sind, sehr gerne Menschen anfassen. Die beiden aber eigentlich beide Tischler oder Kreatives, sie malt auch noch und so, wollen wir die mal anrufen, wenn wir herkommen wollen? Ja. Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Wodafone-Drogs von... Ja, ich bringe mich jetzt drauf. Tja, Arne, das wär's gewesen. Tja, das wär geil, wenn wir jetzt auflegen wollen. Hier ist Finn und Hauke, wir wollten euch eigentlich ganz gerne mal ins Kliemannsland einladen, dich und deine zwei Psycho-Boys. Ich kann denn zwei Psycho-Kneter. Kannst du eigentlich massieren, Hauke? Ja, dich nicht. Nein, aber, also kannst du ja das jemandem beibringen? Weil ich würde das gerne lernen, wenn ich das so könnte... Das sind Physiotherapeuten, die könnten dir das beibringen. Ja, meine ich doch. Dreiergruppe auch, Dreier großgeschrieben, ne? Ja, Dreier großgeschrieben und sehr gut mit Kacke umgehen, hat sie großgeschrieben. Hast du großgeschrieben? Kacke haben wir hier noch eine Menge. Ja, ey, ihr drei seid herzlich willkommen. Kommt doch einfach mal rum, meldet euch einfach. Wir schreiben euch auch noch mal eine Mail zurück. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr mal rumguckt. Antwortet den einfach jetzt. Ja, ja, genau. Ich leg jetzt auf. Warte mal, ich versuch das mal. Tschüss, tschüss. Euch noch einen schönen Sonntag. Anni wollte aber heute ist Freitag. Heute ist Freitag. Tschüss. Jeden Tag Woche, der Nö. Oh, ich lese mal vor, weil ich das so spannend finde. Hallo, und zwar von Vincent. Mich würde mal interessieren, wie das alles abläuft. Ich bin Damenmaßschneider, mache aber meistens was für Herren. Keine altbackenen Sachen, sondern was, worauf ich Bock habe. Wenn mir Sachen einfallen, die ich gerne hätte, mache ich sie mir meistens selbst. Egal, ob Rucksäcke, kurze Hosen, Taschen oder bedruckte Shirts. Wäre es nicht auch eine Idee, eine Art Atelier bei euch einzurichten? Ihr könnt es immer durch den Kopf gehen lassen. Anni, ein schöner, um das mit der VHS-Idee zu erzählen. Mit der VHS-Idee. Mit den Schulungen, die wir machen wollen. Ach so, richtig. Erzähl. Ja, und zwar im Rahmen dieses Cafés kam der Gedanke so ein bisschen auf, dann wollen wir aber auch, dass Leute herkommen und so, dass sie auch was zu tun gibt, man nicht nur zum Kaffeetrinken kommt. Und deswegen ist jetzt die Idee geboren, auch da arbeiten wir ab jetzt wirklich aktiv dran, dass hier Workshops, Schulungen und sowas angeboten werden. Also wirklich Sachen, wo einfach man kommen kann für zwei, drei Stunden und gegen Materialkosten oder umsonst. Je nachdem, wie die Personen das machen. Wenn jemand sagt, ey, ich bin sowas wert, dann kann man auch sagen, ich möchte dafür irgendwas haben, kriegen wir schnell hin. Am liebsten ist die Idee aber eben so günstig, wie es irgendwie geht, so vielen Leuten, wie es irgendwie geht, was Cooles beibringen. Genau. Und wir wollen dann Kurse anbieten und genau dafür suchen wir jetzt auch wieder Leute. Denn wenn ihr sagt, ich bin zum Beispiel Damenmaßschneider, so wie Vincent. Ich billige den Kurs sofort. Ja, ich auch. Hab voll Bock, ey, sofort, sag, was du dafür brauchst, komm rum, Vincent, ey, und wir bieten einen Kurs an, das wäre der Shit. Und man kann halt irgendwie bei dir sich selber eine Hose schneidern oder eine Jacke oder irgendeine Kleinigkeit, weil ich finde das mega spannend. Hier wird es alles Mögliche an coolen Sachen geben, glaube ich. Mucke ist halt auch ein großes Thema, finde ich. Wie produziert man Musik, das hatten wir in den Videos auch schon. Das müssen wir auch ein bisschen kanalisieren. Also, dass wir das Studio mit ein paar Leuten belegen und mal gucken, wie man einen Song produziert. Ich glaube, da lerne ich am meisten, hätte ich gesagt. Gute Überleitung, denn Sönke Jansen Sigridi hat geschrieben, würde gerne Schlagzeug, Schlagzeugcover auf dem Hof aufnehmen oder so. Und das ist ja, wir kriegen... Aber Schlagzeug, also will der irgendwen wegmuxen oder will der Musik machen? Das stimmt. Weiß ich nicht, wenn er das so geschrieben hat. Es steht hier Musik machen, dumm dastehen. Okay, dann... Schrägstrich dumm dastehen. Ja, das ist ja genau. Aber es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denn wir fangen ja jetzt an, diese Musik-Mails durchzugehen und wirklich Leute gezielt einzuladen und zu sagen, ey, das haut hin. Denn es sind immer noch sehr viele Anfragen auch dabei, kann ich mal ein ganzes Album bei euch machen? Schwierig schon mal. Und sitzt da jemand daneben, ja, wer soll das machen? Genau. Also wer setzt sich hier hin und sitzt über Wochen mit einer Person oder mit einer Band im Studio? Genau, wie sollen wir das leisten? Ja, ich meine, das wisst ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr Mucke macht, so irgendwie Mastering für so ein Album ist nicht mal eben gemacht und genauso Musik aufnehmen, dass da gehen Tage rein, so. Und wir müssen halt ein bisschen gucken. Der Raum ist eigentlich einmal für Vertonung von unseren eigenen Videos und gleichzeitig aber auch natürlich zum Produzieren von Musik, aber dann eher so vom Recorden von Skizzen. Genau, aber das muss man dann sehen. Also wir gehen die E-Mails jetzt durch und haben da schon viele interessante Mucke gefunden, die wir auf jeden Fall mal einladen werden und daraus dann so Sessions zu machen. Aber da ging es jetzt ja speziell auch um Covershooting, oder? Ja, und wieso? Ich weiß es nicht genau. Hier steht nur ein Schlagzeugcover auf dem Hof aufnehmen oder so. Aber es geht ja Musik machen. Ja, dann will er Schlagzeug spielen. Aber ein Coverfoto, weil das haben auch schon Leute gefragt, ob sie hier fotografieren können und so. Grundsätzlich ja, finde ich. Das ist sogar mega unkompliziert. Till hat einfach eine Mail geschrieben, kann ich hier Fotos machen? Wir haben gesagt, cool, komm rum, mach Fotos. Das finde ich sowieso grundsätzlich eine ganz interessante Information, weil viele Leute fragen mich immer wieder, wenn sie hier sind, so ist es in Ordnung, wenn ich Bilder mache und so. Natürlich. Also ich finde, alles, wenn ihr hier zu Besuch seid, könnt ihr alles filmen und fotografieren, außer jetzt hier vielleicht Schlafzimmer von irgendwelchen Privatleuten. Aber wenn ihr auf dem Hof rumflitzt, gerne so, überhaupt kein Problem. Wenn ihr, was weiß ich, wenn ihr irgendwo was seht... Solange niemand sagt, das stört mich gerade, dass du jetzt gerade hier fotografierst, ist eigentlich alles gut. Genau. Also das ist nur wichtig, dafür ist der Hof ja da. Ja, damit hier Medien produziert werden, von daher voll gerne, ja. War es das erstmal? Ja, ich finde, das war es. Ich glaube, es war ein guter Überblick über die Sachen, die wir jetzt so zu sagen hatten irgendwie oder sagen sollten mal. Aber das können wir regelmäßig machen, weil es poppen immer Sachen auf. Wenn ihr Fragen habt, ey, postet die auch gerne unter die Kommentare, also in die Kommentare hier bei YouTube, da gehen wir die natürlich auch immer alle durch. Wenn da konkrete Sachen sind, einfach fragen, ne? Und dann können wir gucken, ob wir sowas regelmäßig machen, mal so ein kurzes Videofragen. Ja, je nachdem, wie es euch gefällt. Vielleicht wisst ihr die ganze Scheiße auch schon, dann können wir es lassen. Dann können wir uns das sparen und weiter Sachen unter unseren Pullover stoppen. Findest du, dass das aussieht, als wenn das mein normaler Bauch wäre? Ja. Sag du doch mal, sieht das so aus oder nicht? Das sieht super aus. Ich will nur noch absetzen. Du hättest alles gesagt. Ja, cool.